Peter Rittes, die DPSI. Oh, danke, danke, der Fahrt. Und das habe ich also auch schon das dritte Jahr drin und bin damit sehr zufrieden. Verwende zweimal 2400 mAh, betreibe mit der Akkuweiche insgesamt 8,16 servos und funztiere vollkommen gut drin. Ja, wir wollen die Leistungen der anderen Piloten nicht schmälern, aber Stefan Rupp, er ist etwas so, etwas wie eine Institution hier in La Ferté. Ja, man, das ist das. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020